hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde let's play battlefield 4 und diesmal auf auf dem mappaket netherstrike ich glaube es ist die karte nunchar angriff als mal was anderes spielen tue ich heute mit der p90 also wie gesagt p90 mit grünem laservisier und kobra ne coyote oder warte mal welches visierung habe ich drauf reflex rotpunkt visierung grünes laservisier lauf habe ich noch nichts lackierung standard dazu die desert eagle die stinger slams rgo impact und das halsmesser das fällt auch weil die panzerabwehr und als tarnung die phantom tarnung also mal los wo machen was denn nehmen wir mal das hovercraft und los und wie ihr seht es hallelujah es funktioniert wieder schon seit gestern gestern oder heute das heißt es nicht mehr funktioniert psn wieder hallelujah und ich hatte sogar bei psn angerufen wie gesagt und die haben ja mal wieder alles abgestritten so ein motto es gab kein d das andere war nur eine technische panel ja klar wer glaubt ich werde beschossen wer glaubt sowas naja wollen wir nicht mehr lange drüber reden ich habe auch was anderes und vielleicht habt ihr euch die schon angesehen aber ich habe in der letzten folge angesprochen ich habe jetzt eine eigene fanpage die halt noch nicht allzu aufgebaut ich war da noch nichts gibt naja und was haltet ihr von der idee oder wie findet ihr die page haut in die kommen und das andere ich habe ein battle log fan platoon aufgemacht den link dazu findet ihr wie üblich in den kommenden naja ich hoffe mal das stößt jetzt nicht auf zu große abneigung und da werden sie ein paar bewerben es wird jeder genommen bei uns beim auf meinem karton zählt nicht die karte oder das geld oder weiß gott irgendwas ja es geht um spaß am spielen sonst nix wenn ihr rein wollt klickt auf den link unten und da kommt ihr dann direkt russ ja klar doch ja klar doch ja klar doch das war doch klar heli wie sieht's mit dem aus ach nee warten wir jetzt nicht hier schon ok delta steigen wir hier mal aus schlimm ran alter kennt ihr auch diesen bug wenn der wenn einfach nur weiter geschossen wird obwohl der gar nicht mehr schießt ja es ist zu nervig und den kann man erst loswerden wenn man halt aussteigt da ist jemand wie ich mal wieder gar nicht treffe jetzt aber oh da war ja noch einer ja ne der hey wie hat der mich gekillt mit der bulldog ja ok was will man da machen ok ok und gleich ok fuck ok ja noch getroffen direkt gestartet und schon so gut wie kaputt wichser 70 schaden habe ich dem jetzt gemacht anhieb und er ist down ok helfen wir ihnen den doch hier mal aus der patze ok ok der alte äh 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 da war doch jemand drin wieso ist das ding kaputt gegangen lol äh wohin jetzt äh wir haben alle nichts ne da oben die burg äh ich seh grad das war ja das ist gar kein gut da muss ja erstmal geändert werden wo gehen wir denn rein ins Echo Squad das ist schön voll ok 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 genau fällt mir grad ein was ich noch sagen wollte morgen morgen denn kommt laut amazon äh mein neues gaming headset ein und da werde ich ein unpacking video äh machen alter wie ich mal wieder gar nicht treffe naja egal äh und unpacking und danach auch direkt eine aufzeichnung lol äh aufzeichnung machen dann dann werden wir sehen wie die video quali dann ist Alter wer hasst das auch dass man immer so in der Luft spawnt bei der Spawn-Marke Alter von wo ja klar doch mit der G36 C aha jetzt hole ich mir den Basten aber so oh Alter die P90 ist auf nahtisch sein zu schönes Biest ok erstmal in Ruhe nachladen Alter mein Kollege wird von irgendwo beschossen und ich auch ich hab keinen Plan wo fuck hätte ich früher reagieren müssen ok wohin da hoch Jut jetzt kommt schon komm schon oh mein Gott 4 6 man spielt icke gerade den hole ich mir hab ich dich ok wo geht sie hoch da ah da hier verlaufen ich mich regelmäßig drin links fuck da Multikill Alter das war fein die wollte ich an der Kanone eigentlich gar nicht treffen der hat sich bestimmt auch gefragt what the fuck granate hier hat der jetzt andere Seite da ist mein Sniper cool da ist mein Sniper cool au 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 Alter von wo da oben ja scheiße Ah, fuck. Scheiße. Ja. Ihr wisst, was ich will. Camper, Spasten. Alter. Gibt's doch nicht. Wie ich es liebe. Ich will jetzt diese Burg da oben haben. Ja, klar, Claymore. Claymore Spaß, ey. Da kommt man, dass ich hier mal ne Tom Hauke drauf schicken. Alter. Das gibt's ja nicht. Und jetzt haben die auch noch den Heliman. Endlich haben wir diese fucking Burg hier. Ey. Alter, hier ist jemand. Scheiße. SR2, Alter. Ich auch ne geile Waffe. Aua. 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 Mann. Oh. Oh. Ball sich da oben jetzt alles. Oder was. Oh. 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 Alter, erstmal in Ruhe auffüllen Kommt's mir nur so vor Oder wurde die Geschwindigkeit Wo man sich mit dem Midpack Halt Runtergeschraubt Alter, ich geh grad ab Okay, das war's schon Also Leute Vielen Dank fürs Zuschauen Haut eure Meinung in die Comments Mein Name ist Bahnfahren Und ich bin jetzt raus